So Leute, da sind wir beim nächsten Video und ich habe nochmal Dominaria's Bund Pre-Release Kit. Wie immer mache ich zum neuen Set, was jetzt am Freitag, am Sonntag letzte Woche rausgekommen ist, ein Pre-Release Kit auf und wie immer haben auch andere YouTuber im deutschen Bereich sich dazu bereit erklärt, zusammen eine kleine Challenge zu machen. Ich würde schon sagen Herausforderung. Und zwar geht es darum, Dominaria's Bund Pre-Release Kit. Wir machen dieses Pack auf. Für euch natürlich super interessant. Dann gucken wir uns an, was die Karten im 7-Tages-Durchschnitt von Card Market wert sind. Also die Promo, Rares und Foils. Am Ende schauen wir dann, wer gewonnen hat von dem Value her. Ihr könnt die anderen Personen unten in der Videobeschreibung sehen. Die Leute, die schon Video hochgeladen haben, sind mit Video verlinkt. Die Leute, die es nicht haben, eben mit dem Kanal. Könnt ihr eben da dann schauen. Gut, machen wir mal auf. Hoffentlich ist das was cooles. Wir haben hier wieder diese komischen Marker, mit denen mir immer noch niemand sagen konnte, was ich mit diesen Markern hier machen soll. Mit denen hier. Keine Ahnung. Aber es ist ganz cool. Es sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr bunt aus auf Dominaria. Das finde ich sehr cool. Wir haben einen weißen Würfel. Dann haben wir einen Arena Code. Dann haben wir das. Dann haben wir eine Pre-List Promo, die in einem 100% recycelbaren Booster drin ist. Nicht wie die anderen. Und dann haben wir sechs Draft Booster. Wie immer bei diesen Challenges gehe ich so ein bisschen auf die Karten ein, aber nicht so viel. Ich würde sagen, wir starten mal hier mit dem Promo Pack, was sich halt nicht so geil öffnen lässt. Okay, haben wir was. Und wir haben chaotische Transformation. Ich glaube, die ist nicht so viel wert. Genau, was wir versuchen natürlich zu ziehen, ist sowas wie Lilian of the Vale und ähnliches, um den Value wieder reinzuholen. Persönlich finde ich, ist das Set sehr, sehr cool. Ich kann mit den Karten meistens nicht anfangen, weil sie auf Deutsch sind. Und ich spiele nur Karten in Englisch eigentlich, bis auf so ein paar Ausnahmen. Und, uh, ist jetzt Räuber wieder drin. Ich habe jetzt auch noch nicht so viel gemacht. Ich habe es zwar gejudged, das Ding, wo ich dann ein paar Sachen gesehen habe. Oder gerade so ein paar Kleinigkeiten weiß ich noch, aber sonst. Lehrmeisterin der Akademie. Zwei Männer, zwei, drei. Zu Beginn des Zielsegments. Jede Spieler kann jeder Spieler eine zusätzliche Karten ziehen, falls ihr dies tut. Kosten, Zaubersprüche in diesem Zug. Zwei Männer mehr. Und ein wunderschönes Denklar sind sie. Und keine Volle. Ja. Ja. Sehr, sehr cool. Ich finde die Karten generell sehr, sehr stark und sehr, sehr cool. Wir haben ja bei uns im Podcast im Radiografnika schon mal drüber geredet, was so unsere Lieblingskarten sind, was coole Karten sind und dass wir dieses Set wirklich, wirklich gut finden. Ja, es macht es auch sehr, sehr gut. Das Artwork. Oh mein Gott. Drabren, Junges. Okay. Lange nicht mehr gesehen. Oh, wir haben dann Full Art. Joda, der ein Ende. Die ist in diesem Stained Glass, was ich sehr cool finde. Ein Wooburg. Also weiß, blau, schwarz, rot, grün. Fünf, fünf legendären Kreaturen, die kontrollierst. Alten plus sechs, plus sechs. So x die Anzahl an Kreaturen ist, die du kontrollierst. Hm. Also an legendären Kreaturen. Immer wenn eine, wenn du einen legendären Zauberspruch von der Hand wirkst, schicke eine Karte oben von deiner Bibliothek ins Exil. Bis du eine nicht legendäre Nicht-Land-Karte mit niedrigen Janekosten hast und die kannst du diese Karten wirken ohne Mahdokosten bezahlen. Also im Endeffekt Legendary Cascade. Warum ist das nicht der Commander, sondern so ein komisches Mahdou-Vieh? Das verstehe ich nicht. Dann haben wir noch einen Fäul. Uh, laubgegrünter Visionäre. Zwei grüne 1, 1. Andere Elfen haben plus 1, plus 1. Immer wenn man Elfenzauber spielt, kann man ein grünes bezahlen, falls wir es tut, sie mit der Karte. Das ist gar nicht mal bad, was wir hier mit angefangen haben. Das ist wirklich nicht bad. Ha. Ha. Gucken wir mal weiter. Ähm. Impuls. Was? Okay, stimmt. Impuls war standardlegal. Mit dem Tiferet drauf. Lustig. Luchtig. Gucken wir mal weiter. Was haben wir denn? Mystikerin. Vogelzauberer. Und leider in Verbannung. Oh, sehr cool. Äh, ein weißes, fünf farblose Verzauberung mit Aufblitzen. Domain. Das heißt, für jeden Standlandtypen kostet es ein Mann oder weniger. Wenn die ins Spiel kommt, schicken wir eine bleibende Karte unserer Wahl, die kein Land ist und die ein Gegner kontrolliert. Ins Exil, bis sie das Spiel verlässt. Richtig mächtige Karte. Ich glaube, sie wird auch noch richtig hart gespielt werden. Allein wegen den Triomen. Man spielt in der ersten Runde den Triomen. Zwei, was nicht weiß ist. Zweite Runde spielt man die. Dann hat man einfach schon mal vier Mana-Farben. Und es ist jetzt nicht mehr so unüblich, dass man drei bis vier Mana-Decks spielt. Äh, Farben-Decks spielt. Und, ähm, da kann man auch manchmal einfach mal ein Triomen nehmen für eine andere Farbe. Das ist schon gut. Das ist schon wirklich gut. Niederstrecken. Und dann haben wir... Na ja, der Sturmlauf. Die sind gar nicht mal so selten, diese Dinger hier. Seras Inbild. Vier Mana, drei, vier fliegend. Immer während jedes deiner Züge kannst du ein Land aus deinem Friedhof spielen oder eine bleibende Kartenzauberspruch. Mana kosten von drei oder weniger aus dem Friedhof Carsten. Weil sie dies zu ist, erhält diese Karte, wenn sie das Spiel verlässt, also wieder auf den Friedhof gehen würde, dann wird sie stattdessen exiled und wir halten zwei Lebenspunkte. Das ist gar kein schlechtes Pack, was ich hier habe. Ähm, eine Menge Weiß. Und die Promo war nicht so geil. In der Promo hätte auch einfach eine Lilly sein können. Aber ansonsten ist das echt kein schlechtes Pack. Ich bin ziemlich begeistert. Ähm, Frixianja Wüterich. Ich bin immer mal gespannt, wie viele Frixianer wir noch kriegen. Wahrscheinlich eine Menge Knochenpreisel. Okay, das wusste ich doch. Der ist auch so cool. Und, Verseuchung des Fleisches. 4 Mana, 4, 4 bedrohlich. Als zusätzliche Kosten für einen bleibenden schwarzen, äh, für einen bleibenden Kartenzauberspruch. Ähm, der Schwarze ist, kannst du zwei Lebenspunkte bezahlen und dann kostet er ein Mana weniger. Das ist kein Frixi Mana, aber dann kostet er ein schwarzes weniger. Und, ähm, ja. Immer wenn, äh, eine schwarze bleibende Kartenzauberspruch dann wirkst, ähm, kriegt, äh, kriegt eine Kreatur plus 1 plus 1 und Bedrohlichkeitsmeinersuch. Okay. Waldsoldatgebiet. Sind gar nicht so viele Volk, von denen ich gedacht habe. Ehrlich gesagt. Titan von Urborg. Phalanx. Mmh, okay, gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal, schon wieder ein Stankler, aber ein richtig cooler. Hier, Baracken, Häuptling, als Goblin, sehr cool. Und wir haben, uh, Versäuchung der Vitalität und wir haben noch eine Foil. Versäuchung der Vitalität, 5 Mana, 6,6 Trampe, ebenfalls mit diesem Effekt, dass ein grünes günstiger wird. Und immer wenn du einen, ähm, grünen bleibenden Kartenzauberspruch wirkst, leg ich jede Kreatur eine plus 1 zu 1 Marke drauf. Sehr cool. Das sind unsere Rares. Hier ist der Maro und, äh, ja. Hier seht ihr jetzt den Gesamtpreis dieses Packs. Ich bin diesmal ein bisschen schneller durchgegangen, weil ich bei den Karten halt aktuell, ja, sie sind neu. Es kommen im Laufe der Woche noch ein paar andere Booster-Openings. Schaut bei den anderen Leuten rein, guckt, was die so geöffnet haben und, ja, lasst mich wissen, ob ich gewonnen habe. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Armlexit. Ciao, ciao. Wie ist das? Das war's. Wie ist das? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.